Richard, deine Mutter stirbt. Schaut doch nicht so wie auf einer Beerdigung. Sie hat einen Asthmaanfall. Auf das Geld habe ich doch wegen euch verzichtet. Ja, das wundert mich überhaupt nicht. Man rät Millionengewinnern zu Anonymität und Verschwiegenheit. Ihr Inhaliergerät. Geld ist nicht alles. Das System ist krank, das nur auf Geld beruht. Aber wir bleiben gesund. Ja, danke Richard. Geld ist gar nicht alles. Reich ist derjenige, der verzichtet. Richard liebt uns nämlich. Kartoffelkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneislerkneisler